Für Sandplatzkönig Rafael Nadal läuft der Start in den Saisonabschnitt auf seinem Lieblingsbelag Sand weiter überaus holprig. Bilder Galerie wieder Knieverletzung Die Krankenakte von Rafael Nadal 12 Bilder vor seinem Einstieg in das ATP Masters in Madrid am Mittwoch klagte der elfmalige Friendshoppensieger über Magenprobleme. Ich hatte mit einem Virus zu kämpfen, sagte der Spanier am Dienstag, immerhin konnte ich gut eineinhalb Stunden trainieren, der ZN gratis testen und Tennis-Highlights live. Das Verletzungsrisiko ist etwas höher, aber es ist ein sehr wichtiges Turnier für mich, meinte er, ich will positiv bleiben und werde mein Bestes geben. Meistgelesene Artikel Fußball, Champions League, Leifapol mit Wahnsinns, Comeback Fußball, Champions League Stimmen, das Haut dich hier um, Fußball, Champions League, Barkas, unfassbarer Ecken, Blackout-Fußball, Bundesliga, lo PTG-Gerüchte, das sagt Bayern-Fußball, Champions League, so feiert das Netz, Klops, Wunder Nadal hat in diesem Jahr bereits zwei Matches auf seinem ausgewiesenen besten Belag verloren. Ende April unterlag er im Halbfinale des Turniers in Barcelona gegen Dominic Thiem, Österreich, eine Woche zuvor in Monte Carlo gegen den Italiener Fabio Foglini. Let's block it's, why? Let's block it's, why? Let's block it's, why? Let's block it's, why? Vielen Dank.